Ich habe es mir auch gedacht. Ich habe gedacht, ich werde gar nicht mehr fertig. Das ist eh für eine eigene Art anscheinend. Jetzt haben wir gerade die zweite Flasche aufgemacht. Beide gleichzeitig. Du kriegst doch nicht dazu zum Trinken. Mein Name ist schon ganz drücker. Der Wald. Sehst du das? Ja. Geht es jetzt ab? Okay. Ja, gut. Ich glaube, ich habe Bauchweh. Sie haben nicht auf Commander Steel gehört. Ich habe Sie mehrfach gewarnt, aber Sie missachten jede meiner Anordnungen. Was in der Kammer ist, gehört rechtmäßig der Atlas Corporation. Und Sie? Sie gehören mir. Ja, der Schlüssel passt. Sergeant, bereiten Sie Ihr Team vor, reinzugehen. Wir erholen uns jetzt, was uns gehört. Vom Fenris könnte ich das Gesellschaft gebrauchen in Ihrer... Ach du Scheiße. Was ist das? Oh, mit Deine, ja. Da mag sie es gehen. Du musst nur wissen, wohin du zielen musst. Die werden umgemäht. Ich liebe es. Was warst du die Ärmchen zielen? Das ist schon ziemlich. Oh ja. Wenn ich einmal wieder treffen könnte. Was denn? Oh oh. Gesundheit. Ich habe doch noch ein paar Backe hier drin. Ich glaube aber, mein scheißigen Teil ist so voll. Nein! Was ist das? Ich habe mich oben geschmissen. Was ist das? Ich habe mich oben geschmissen. Zuck. Baby, ich hole dich. Baby, ich hole dich. Ah gut, wir haben auch immer beschissen, dann kommen sie wieder belegen. Alles. Ah, nice. Boah, wir waren nicht so tragisch. Ich hätte mir jetzt schlimmer vorgestellt. Weißt du, was das heißt? Du hast die Kammer geöffnet. Mhm. Es tut mir leid, dass ich dich nicht davor warnen konnte, was darin war. Aber es musste alles genau so ablaufen. Du warst gut. Und deine Taten sollen belohnt werden. Der Schlüssel öffnet die Kammer erst wieder in 200 Jahren. Aber Tennis wird dir sicher ein Vermögen dafür zahlen. Ja toll. Los jetzt. Ich beobachte dich. Ja, das war das Tutorial. Jetzt geht's später los. Ja wunderbar. Wunderbar. Ich muss jetzt schnell laufen, die Crades. Und dann rauch ich rein. Ja. Ah, da wirst du dich freuen. Hä? Da wirst du dich freuen, was da in der Kiste drin ist. Hast du die Crades weggedruckt oder wie? Ja, die, die, die nerven mich. Was haben wir denn hier? Na ja, los jetzt rein. Haha. Ja, ja. Wird ein Mist sein, ne? Nee, du mit. Ach, ich lass mich waschen dann. Ich geh nur mal anbleiben. So, bis gleich. Na. Ja. Sieh dir das an. Sieh dir das an. Du bist. Du bist. Nies. Ja. Du bist. Fein! Sieh mal an! Sieh mal an! Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Achter Schuss. Achter Schuss. Das ist jetzt nicht so der Hammer. Achter Schuss. 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 Oh, das muss echt nicht sein, dass ich da nur spawnen muss. Oh, das hab ich nie getan. So, jetzt bin ich gleich zusammen drauf. Ja, ich auch gleich. Haha, voll Treffer! Ah, mir fällt noch aus das berühmt-berüchtigte Tutterl. Ist klar, volle Kanne in Fressen geschossen, aber daneben schießen. Sind da bloß noch Alienviecher oder gibt's da einen normalen auch noch? Nee, ich schatz nicht. Ja, teften vom Weg haben wir ja so, Wahnsinn. Nach zwei Stunden. Jetzt zum Schluss da droppen sie lila und goldene Sachen. Ja. Ja. Haha. Soldat. Schockschaden schon wieder. Ist ja wie Weihnachten! Was war denn das jetzt? Ach da, Omaat! Ach da. Hm. Hast du deinen Skillpunkt schon vergeben? Ja, feierlich. Mein Geschütz macht noch mehr Schaden. Ich lobte ja ihn dann noch. Aber das interessiert den nicht. Hä? Das ist ein Jäger-Skill. Ooh! Ach Dante. Ähm. He weh! Auch Erwisch! Ich bin für eine Minute von Ribern, so ich stehe auf, doch. Ah, nein, vollstaust du schon wieder, ey. Ja, also, das Geschütz ist wirklich ... ... mit dein ganz cool Nahkampfmacher. Ja, gut, dein Geschütz macht jetzt Nahkampf im Stor, aber ... ... ... ... ... ... Oh, wieder mal eine Herausforderung abgeschlossen. Habe ich lange noch mal geguckt. Welche denn? Was ist das für ein Ding? Wo ist die? Krieg ich nicht. Ja, was du kriegst? Ach, die sind ja die Ingame-Dinger, oder? Ja, genau. Wo du Erfahrung kriegst. So ist es. Du hast die Fälle gekriegt, oder? Uff, nein, also der Balken hat sich nicht allzu verbildet. Also der erste Balken hat sich jetzt halber die Fälle wieder. Ja, bei mir auch. So, den Kack verkauft, aber sonst wäre ich narrisch mit dem Inventar. Immer das Neueste und Beste an Waffen und Ausrüstung findest du jederzeit hier bei uns. Hm. Hm. So. Hm, hm, hm. Was überlegst du denn? Wo ist das Verkauf? Aber eigentlich, der Boss war eigentlich recht einfach. Ich weiß nicht, was du denn gesagt hast, ähm, das Borderlands wird zum Ende hin knackig. Also, ich will ja gelesen, dass der Boss enttäuschend ist. Das habe ich vorher schon gelesen. Okay. Heute ist mein Boss aber nicht durchgelesen. Bloß nicht auf dem Weg da hin. Mal schauen, was wir von hierher kriegen. Jetzt werde ich jetzt mal wieder vorbei. Jetzt werde ich wieder übermütig. Das gleiche Problem, was wir jetzt auch gehabt haben. Aber warum, dass wir beide von der Beifahrerseite ansteigen? Da reden wir mich an die Schülle. Oh, du bist nicht von diesem Planeten, du riechst komisch. Boah, 230.000 ist gar nicht so verkehrt. Wenn ich Verwendung für Geld hätte. Ja, ich war mehr als nur. Ja, Meister Han Solo. Warte noch. Jetzt brauchen wir wieder einen schnellen Reisepunkt. So. So. möchtest du DLC machen oder möchtest du zumindest schon mal die Charakterentwicklung machen? Schauen wir uns erstmal das Intro an vom DLC DLC. Gut, 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 gut. Lachhaft. Mein komischen Vogelhut da. Was ist denn eigentlich der Unterschied, weil es gibt ja bei Steam gibt es ja noch einen Season Pass zum Kaufen von Borderlands. Ja, vom normalen Borderlands dann. Weiß ich nicht. Ich hab da also, da bin ich nicht ganz durchblickt. Oh Gott, man hört mir so richtig aus, über die ganzen Punkte da. So. Ja, ich bin nicht einmal in ein, äh, nicht einmal in ein mit drin, ja. Jetzt weiß ich auch, jetzt ist der Crazy Earl. Ich hab eine Feuerwehr gesucht. Dabei steht er sogar mit dem Namen in den Schnellreisepunkten. Sind wir da schuldig? Das ist ja der Zweifel an mir, oder? Doch, genau. Ich hab gesagt, dass man richtig werden. Was willst du? Na ja, halt. Gut, wir müssen das bloß mal erledigt haben, dass man die Quest hat. Das ist ja... Er, Erls bester Freund. Dann schauen wir mal zum Erls besten Freund, hä. Na. Achso, das ist ja nicht mehr. Ich hab da noch die, 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 die Kack-Noob... gewesen. Verächtliches Schnaufen, hä. Sagt der, der so nicht einmal blau in mir aufhebt, ja. Weil er sagt, ich mit meinen feinen Zwirn, äh. Mein Gott, was ist denn der Nehmer? Boah. Boah. Rust Common East. Dein Lieblings-Wade anscheinend, hä. Ich glaub, da waren wir ja schon 40 Mal. Oder gelang das? Ja, ich hab gehört, am schwarzen Brett gibt's was. So gut, die schnell nur erledigt haben, dass es eine Ruhe gibt. Eine Kombotreifel. Fünf Minuten später sagt er wieder, es gibt noch Emissionen am schwarzen Brett. Ich glaub, das sind ja auch so random Dinger, die hier nie auf. so ganz, das sind alle so statistisch. They are the future. Jetzt muss man sich schnell aufs Team schauen, wie das ist, wie das , wie das ist. Leiden, verlaugt, den Genugtuğum von Fallers. Was? Nein, jetzt muss ich mal schauen, wo ich doch hier reisen muss. Keine Ahnung mehr.